Was sollen wir acht Wochen in den Bergen? Ich glaube, dass du mit diesem Projekt wirklich ein neues Leben starten kannst. Und was mache ich mit dem Alten? Was sind das für Jugendliche? Es sollen Kriminelle sein. Die meisten von ihnen sind selbstbezogen, manipulativ, antisozial und in vielerlei Hinsicht eine Gefahr für die Gesellschaft. Hey, spiel dich mit auf! Was hast du verbrochen? Die Berge geben den Jugendlichen ein Gefühl, sich selbst vertrauen zu können. Wenn sie etwas beunruhigt, ist es besser, wenn sie mir das sorgen. Pass auf! Was ist hier los? Was ist passiert? Komm mal mit, ich zeig euch was. Hier oben ist mein Sohn. Ich dulde keine Rituranz gegenüber neuen Lösungsansätzen. Für mich etwas stimmt da nicht. Ich kann erst reden, wenn ich in Sicherheit bin. Das ist Natur. Und Natur ist brutal. Ich weiß eigentlich, warum keinem von euch, wer er wirklich ist. Du kannst leider nicht hierbleiben. Willst du, dass irgendeiner von uns hier stürmt? Neustart? Fucking Neustart. Wir sind doch nicht im Krieg oder so. Doch. Be graduates. Wir sind nicht im Krieg. Wir sind immer erinnütütz. Aber schüttetweise. MVP